... und jetzt die zweite Auflage über das Dreirund. Three laps for the kids, hey! Und wieder Blitzstart von Jenny Großer vor ihrer Schwester Patricia. Beide heute frisch gestärkt mit dickbeschmiertem Tellerbrot sind sie angereist und kämpfen hier um Punkteplätze und Vokale. Jenny und Schwester Patricia. Die Radsteiger von Kampus und Ranzi Kier. Da wird sofort geholfen. Da natürlich... Ja, da gab es die Attacke. Ich weiß nicht, von Tim Lohaider auf den dritten platzierten, ab dem Riemen Gendry Kerl. Ich bin aber nicht ganz sicher, bis der Fett war. Auf jeden Fall haben wir die letzte Runde mit Jerny Gorter, Vorschwester Patricia. Und Paul Schulz auf dem dritten Rang. Auch unser Piotons noch im Kampf mit Elina Waas. Und auch unser Neueinsteiger, unser Rookie Mikadao, noch voll dabei. Bitte das Tor noch zulassen. Der Schmzeug ist im Kampf mit Jerny Gorter. Aber das war ein bisschen mit einer neuen Räume. Die Zichnung sind in der Zeit. Und da einen Spies in der Flüchten. Und das ist die jeder dran��enden. Und da hat eine Piotons der Flüchten. Ich außerh~~, dass die Flüchten hier. Vielen Dank.